Wir hören häufig, dass sie sagen, Mensch, ich kann doch schon eine Methode und ich wende die auch schon ganz gut an, dann mache ich das einfach mit Kindern und dann passt das schon. Wir haben die Erfahrung, dass Kinder oft aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, in einem unterschiedlichen Alter sind, ganz anders gelagerte Probleme mitunter haben und dass jemand, der seine Methode vertritt, häufig auch mit seiner Methode mal an Grenzen kommt, aber über diese Grenzen nicht hinausgehen kann. Und deswegen haben wir den Forscher gesagt, ja, die Methoden sind bestimmt gut, aber vielleicht macht es Sinn, ein ganzes Portfolio an Methoden zu können, zumindest die Essenzen, und die zielgerichtet je nach Kind, je nach Bedarf, Alter und Bedürfnis auch gezielt einzusetzen. Dann kann ich auch mal über meine bisherige Methode hinaus an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal noch eine Lösung forcieren.